Am Anfang, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde und die Erde war Wüst und leer und Finsternis lag auf der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser und Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Wir haben in diesem Jahr zum ersten Mal eine Lichtinstallation, die an beiden Orten zusammengehört in Dom- und Markkirche. Gestaltet worden ist die von Lichtkünstlern aus Münster, die dort und in Köln sich seit Jahren einen Namen gemacht haben, damit wie sie Kirchen zum Leuchten berichten können. Und hier, da gehört in diesem Jahr eine Lasershow dazu. Musik 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 Für mich hat die Stimmung in der Kirche im Moment was zusätzlich ganz Besonderes. Zur Markkirche gehört immer ein besonderes Licht. Aber jetzt ist dann nochmal diese zusätzliche Stimmung, dass das Licht immer auch was Geheimnisvolles hat, dass wir das nie so richtig packen können. Ich habe Kinder hier rumspringen sehen, die versucht haben, die Laserstrahlen in der Hand festzuhalten. Und das geht natürlich nicht. Und so ist das irgendwie mit den hellsten und schönsten Sachen meistens. Die lassen sich nicht in der Hand festhalten. Aber hier guckt man dieses Licht an und saugt es förmlich mit den Augen auf. Und ich finde, das geht in diesen lichterfüllten Tagen ganz besonders gut. Musik 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 Musik